und die frage ist jetzt ich kann natürlich jetzt hier hatte ich mach mal eben die kante am berg auf du bist ja gerade im weg hüpfen wir ihn weg das wäre dann genau die frage ist soll er dann jetzt gerade runter oder soll er jetzt soll er noch eine stufe kriegen ach so gerade runter und dann so ein bisschen abgehackt noch mal so ein paar weil gerade runter ist nämlich ziemlich genau jetzt auch schon der eine weg den ich da gebaut hatte glaube ich weil hier kann man ja dann so eine stufe einbauen so eine kleine dass man sich hier macht man keine ich hoffe ich glaube jetzt vielleicht nicht den boden unter den füßen weg ich bin hinter dir ach so und dann hier noch mal weg gut da kann man natürlich dann noch er daraus machen ist klar ich vertraue dir da ja dann machst du das schon wenn du das sagst du meinst du mal ich mach das alles aber morgen gehe ich auf server und dann ist alles ganz ganz anders aus weil er wieder alles umgebaut hat wie immer eigentlich sieht alles was ich hier mache immer ganz anders aus ihr seht das immer alles nur nicht weil der mazl immer alles dann wird rückgängig macht muss dann immer wieder nacharbeiten genau schlimm alles nur weil ich kann völlig stimmt warum habe ich hier das wasser aufgemacht das war so wieder so bescheuert das wasser muss eh dicht gemacht werden ne wasser muss dicht gemacht werden wie meinst du das dieser kleine teich hier der kann ja sowieso so ja ein ich war wahrscheinlich nicht drum rum ne fünf zombies hier und wie ist hier wieder auch hier sind reichlich ne ich weiß auch nicht irgendwie haben wir da auch kein glück also wenn wir eins haben auf der karte sind das zombies und höhlen ich buddeln mal ein bisschen unter wasser ich erinnere mich noch an mein bauprojekt was ich auf dem server vom crafty damals so aus scheiß da haben wir das ja nicht aufgenommen was ich da so aus scheiß so gebaut habe da habe ich im internet so einen bauplan gefunden mehr oder weniger für kreise in minecraft und dann konnte man einfach den durchmesserer sich raussuchen und dann konnte man anhand dieses durchmessers hat man dann eine bilddatei bekommen wo dann quasi für jede einzelne ebene immer die genaue ja der genaue grundriss oder der außenriss dann für das entsprechende ding war und das gab es dann für natürlich für kreise und kreise in minecraft sind natürlich cool und dann habe ich dann angefangen mir eine unterwasserbasis zu bauen und habe dann das meer ausgehoben das problem ist ich habe natürlich wieder ein auf ich musste natürlich auf die kacke hauen und hat mir natürlich einen grundriss von vier einen durchmesser von 64 blöcken ausgedacht und das meer war 15 tief also ich habe ich habe das ding nicht mal zur hälfte fertig gekriegt auch nur zu füllen mit sand weil du musst dir jetzt vorstellen du hast ich habe eine kartoffel gefunden was einer von den zombies hier hat eine kartoffel dabei was das denn seit wann geht denn das direkt mal anpflanzen ja mach mal direkt wie cool ist das denn das ist gar nicht das geht ist ja geil ist ja lustig und deine melonen sprießen ok echt meine melonen sprießen meine melonen meine melonen ich habe ruhig dass es funktioniert die sind bei mir in dem texturenpaket irgendwie noch nicht mehr drin das sieht irgendwie noch ziemlich wechselig aus die sind noch nicht mit komisch dabei gibt sie schon vor lange gerade die melonen hätte ich gedacht sind drin merkwürdig merkwürdig so warten wir das hier mal ein bisschen wieder grün wird und den sand noch weg steine müssen auch weg die frage den durchgang an sich den boden von dem durchgang den aus erden ja gut als klar also aus gras dann in dem fall ich mache dann die steine alle weg und fülle aus mit er wieder auf kein problem kriegen wenn immer kann ich das darf dich verlassen kein thema machen wir alles machen wir alles machen wir alles machen wir alles wir sind wie car glass aus dem gibt so genug koppel ist immer gut wenn es genug koppel stone gibt für quasi umsonst und ich setze immer ein blog zu viel mein gottes jedes mal das lassen wir erstmal wieder ein bisschen zuwachsen nachkommen erst stein auch noch dabei sind kann ich den pflaster stein direkt noch mit in die kiste packen und dann habe ich nicht mehr so viel erde in der tasche wieder einst decke weniger für ein bisschen mehr platz zumindest schon mal den anfang ist getan ich höre die ganze zeit nur so ein gejaule überall egal wo ich jeden lauf überall jaule zu mal deiner ganzen du hast deine haustiere einfach nicht im griff ja die sind halt aktiv aktiv sind die sorry ist genau an mir vorbeigelaufen als ich mit der schaufel da gerade abgebaut habe das sagen sie doch alle was für die rache na der klang aber nicht gesund jetzt ich habe nur so ein grummeln gehört deine hunde knurren ich muss sie mal füttern ich glaube wir haben noch in den kisten jede menge verdorbenes fleisch aber eigentlich theoretisch sind das müssen als zombie hunde sein er sitzt da unten unter dem baum und guckt mich grimmig an ich habe gerade gesehen wie er da sitzt alter falter 31 was 31 von dem verrotteten fleisch ja ich sag ja da haben wir ein bisschen was von da kannst du mal alle ein bisschen füttern da haben wir genug hier ist ja wieder glücklich da bin ich jetzt eigentlich hier dabei ich könnte mir die enderperle ablegen das war so als idee erstmal in die krimskramkiste genau wie die blumen und den birkensetzling und die rose und so ein kram ich habe hier noch mehr verrottetes fleisch habe ich gerade mal da reingepackt erde sand dass der stein war hier ne hier ist erde mein gott pflastersteinkiste haben wir noch nicht ne ich habe soeben eine aufgemacht sehr gut ok die frage ist ah ok ja ich habe gerade überlegt was wir in die kohlekiste packen aber in die kohlekiste würde ich nur kohle packen äh wir haben jetzt schön bäume gepflanzt ich werde die wieder abreißen weil erstens sind die im weg und zweitens bräuchte das holz außerdem hat dein hund dann keinen grund mehr mich grummelig anzugucken der dürfte jetzt nicht mehr grummelig sein der hat jetzt gerade gut zu essen gekriegt der ist gar nicht mehr da er ist jetzt hier he is already gone bei der zuchtstelle bei der zuchtstelle ist eine hunde zuchtstation aufgemacht ok die anderen kann man so lassen den einen baum auf diesem berg da ist aber jetzt auch ein monstergebilde an wald jetzt geworden meine güte also kommt den einen baum den ich hier in die mitte gesetzt hast ne der ist so verkrüppelt den reise ich wieder ab der sieht zumal von kacke aus das ist kein schöner baum hm versteht das schon der ist nicht schön geworden da muss man nochmal einen neuen setzen der hatte nur auf der einen hälfte blätter und wieder was gegen meine bäume hier ist die müssen ja auch ein bisschen aussehen nicht so hässliche dinge außerdem steht hier noch ein setzling guck mal den habe ich jetzt eingesammelt und jetzt setze ich hier direkt einen neuen setzling und zack dann wird der wachsen und dann sieht der ein bisschen bescheiter aus ist da noch irgendwo was drin? nö hier aus dürfte nicht wo kommt der baum denn her der war grad noch nicht da egal ich brauche eh das holz für die rahmen oh hier liegen jetzt ein paar setzlinge bei drei ja ich habe jetzt auch noch ich habe eh immer noch 25 stück davon dabei also behalt erstmal ich habe erstmal noch genug davon okay okay Leder ich habe nur drei Leder ich habe nur drei Leder ich gehe mal eben auf die Jagd was? wonach? weil ich mit Äpfeln hier langsam nicht mehr überleben kann ja dann sag doch was dann organisiere ich dir ein bisschen Brot was hältst du denn davon? ja auch nicht schlecht aber Kühe ich habe übrigens dann auch gleich Leder ja gut wenn du Leder dafür kriegst dann mach das ruhig weil Leder können wir gebrauchen weil dafür können wir uns dann nämlich schön Schilder basteln aber das eine Schwein hat jetzt dreimal Fleisch abgegeben krass so was haben wir denn noch jetzt lass mich mal überlegen wo wir was noch unterbringen tun machen so hier kommt Kohle hin und da kommt noch Gold hin habe ich ein Gold Barnier? natürlich nicht Gold haben wir auch so viel, ne? das ist echt nicht mehr normal wie viel Gold wir haben hm jetzt habe ich noch zwei Stück wir müssen das nur irgendwie auch alles schlau organisieren damit wir auch wissen wo was dann hinkommt entsprechend weißt du? ja ich meine dass wenn man runter kommt dass direkt die Erze vor einem sind ist ja auch alles noch sinnvoll das macht ja alles noch Sinn da sind nur jetzt die ganzen unsortierten Dinger die alle völlig bescheuert sind was braucht man denn am wenigsten? so diese ganzen Erdekisten und so, ne? das heißt wenn man die Treppe runterkommt pass auf wenn man die wenn man die Treppe runterkommt nach rechts hinten in der Ecke ist, such dir aus, Stein oder Erde? mhm, Erde okay, dann ist Treppe runter rechts hinten ist Erde Treppe runter links ist ähm ja, Cobblestone und den ganzen Kack dann mach ich mal die Kiste wieder leer und setz die Erde ich mach jetzt einfach mal zwei Erdblöcke auf die beiden Schilder dann heißt das da ist nur Erde drin in der Kiste okay hab ich mir jetzt einfach gerade mal überlegt weil ne bessere Idee ist mir jetzt nicht eingefallen so, sag ich was weiß ja, wenn nicht gut ist sorge ich mich wieder ein, ende alles um genau mir macht das ja nichts richtig, man hat ja Zeit wir haben die erste Doppelkiste gleich eh schon voll mit Erde müssen wir mal gucken, dass wir dann hier beide Kisten voller Erde machen oder mehr Erde verbraten uh, wir haben nicht viel also, viel Platz haben wir nicht mehr von Erde? Achso, vom Platz naja wir haben jetzt 9, 18, 27, 36, ja hm fast 45 Stacks die kommen wir erstmal hin glaube ich und dann kommt auf die andere Seite gegenüber kommt dann Poblé und dann der wilde Cobblestone ich sammle mal die Setzlinge ein, die hier so rumliegen obwohl ich eh genug davon habe eigentlich ähm, Timo? ja ich hab da mal was gefunden du hast da mal was gefunden, warte ich komme sofort ich äh, bin quasi nicht nur quasi, sondern ich ich wollte nur noch eben die Truhen, die beiden mitnehmen ich hab hier nämlich einen Höhleneingang gefunden bitte was? und wo bist du, wenn ich fragen darf? ich, wenn du hier den du hast da jetzt diesen Gang gemacht ja wenn du da dann geradeaus Richtung ja, fast zu diesem Höhleneingang da oben, wo das Wasser rauskommt läufst, aber dann auf dem warte ich komme ja entgegen hier hier bin ich hier bin ich Achtung weil das, äh, müssen wir uns mal eben angucken das müssen wir uns mal eben angucken fängt mit D an und hört mit Diamanten auf was? oh, zwei Creeper und? direkt vorm Eingang ich nehme den anderen ich nehme den anderen du hast Diamanten gefunden wo? ich nehme den Fakten hinterher ich nehme den Fakten hinterher uhlala so äh, apropos, komm mal hier hin bevor du da runterfällst komm mal zurück komm mal hier, nimm mal hab dir da was mitgebracht hm hm yummy zwei Stück hm ah, bleiben zwei schade hey, du machst guck guck ah, noch einer mehr cool nice oh, da geht's runter die Höhle die Höhle ist auch schon wieder gut schon wieder so sagen knapp vor der Tür, ne? ja, irgendwie immer egal, hier geht's nochmal weiter runter ach du kacke ach guck mal hier ist wieder so ein ich liebe Macke, diese Rondells die man zwischendurch findet wo man einfach dann so eine Basis bauen könnte oh, da ist wieder eine Spinnenwebe und Holz schon wieder? ach, hier ist wieder so ein Gang ach, ne? warte, ich mach mal wasserdicht ja ach, das kommt von oben das kann ich gar nicht dicht machen Moment, ich versuch's trotzdem äh so jetzt läuft's andersrum, super toll, Wasser kommt von oben klasse da, das hat jetzt super funktioniert ich lauf mal eben einmal hier rum Moment ah, da ist die Quelle so oh, mein Gott war's das jetzt? jetzt weiß ich nur nicht wie ich runter kommen weil das Wasser jetzt gleich langsam aber stetig verschwinden wird du siehst also ich guck mal eben, wo sind wir? ja, eigentlich sind wir noch relativ hoch also das ist eigentlich jetzt schon saumäßig viel Glück gewesen, dass wir überhaupt einen jemanden gefunden haben nein, da haben wir sowieso viel Schweine, hab ich das Gefühl ja, irgendwie huch, eine Spinne kommt ihnen her Aua irgendwer schießt 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 schießt